Musik Herzlich Willkommen, mein Name ist Oliver Schwedes. Und ich bin Udo Becker. Wir möchten mit Ihnen den Moog Politische Ökologie Urbaner Mobilität machen. Urbanisierung ist ein globaler Megatrend. Erstmals in der Menschheitsgeschichte leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Und eine große Herausforderung dabei bildet der Stadtverkehr. Wie kann denn der Stadtverkehr nachhaltig gestaltet werden? Unter dieser Fragestellung betrachten wir urbane Mobilität unter den Gesichtspunkten Ökologie und Politik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017